Am Freitag auf Nacht montiere die Ski. Diesen Lieddecks kennen wir alle, der stammt von Wolfgang Ambrose und das genau dürfen wir jetzt wieder tun. Die Bretteln gehören rauf aufs Auto, denn die Skisaison startet wieder. Und mit dem frühen Schnee haben natürlich nicht nur die Pistenbetreiber, sondern auch die Wintersportfreunde eine richtige Freude. Skifreunde, aufgepasst! Bei uns wird's nun sportlich. Und zwar werfen wir einen Blick auf die Skiberge in unserer Region. Der aktuelle Murmürz Top Skipass umfasst die 13 Skigebiete. Duracher Höhe, Kreisberg, Krepenzen, Lachtal, Gahl, Obdach, Kleinlonding, Salzstiegel, Präpichl, Brunalm-Hohe Veitsch, Durnau-Schwabenberg-Arena, Mariazeller Bürgeralpe und Stuleck. Der Skipass öffnet die Drehkreuze für insgesamt 88 Seilbahnen und Lifte bzw. 247 Kilometer Pisten und Routen. Der Murmürz Top Skipass gibt es sowohl als Saisonkarte als auch als mehr Tageskarte. See you next week. Untertitelung des ZDF, 2020